Carl Allen hat sich zum Dienst gemeldet. Ich bin kein Soldat, Norman. Ich schmeiß ne Party in meiner Wohnung. Wir sind Spartaner! Yeah, nein. No, no. Nein. Nein. Du hast immer irgendwelche Ausreden. Nein bedeutet nein. Wann hast du das letzte Mal was Witziges gemacht? Hi. Carl, lange nicht gesehen. Hier muss doch der Laden langsam gehören. Könnte er, aber ich wollte mich nicht so festlegen. Ich bin auf den Kilimanjaro geklettert. Ich hab gelebt. Ich bin ein Ja-Sager geworden. Wow. Ja. Ja. Nein. Du sagst Nein zum Leben. Und deshalb lebst du auch nicht. Jedes Mal, wenn sich dir eine Gelegenheit bietet, egal was es ist, sagst du. Ja. 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 Ich möchte Gitarrenunterricht nehmen. Ich bin Phara Nus. Bist du vielleicht der richtige Mann für mich? Ich denke schon. Ja, ich möchte Koreanisch lernen. Wie hat er mich genannt? Finde heraus, was passiert. Du musst zu allem Ja sagen? Ja. Soll ich sie mitnehmen? Auf den Teil? Wenn jede Frage... Kannst du mir ein paar Dollar brauchen? Willst du was aufs Maul? Willst du Lustiges Junggesellenabschied organisieren? ...die selbe Antwort hat. Ja. Sicher. Wieso nicht? Das wär toll. Ja, das würd ich gern tun. Gern tun. Das ist süß, Karl. Danke, Phara Nus. Ich hab noch nie Rap-Ball getrunken. Gestern Abend hab ich Rap-Ball getrunken. Ich liebe Rap-Ball. Ja, du wirkst ein bisschen aufgekrasst. Ah, Fritter! Fritter, Brügel! Sag ja! Zum Leben. Die Welt ist ein Spielplatz. Aber irgendwann im Laufe des Lebens vergessen das alle. Entschuldigen Sie bitte, könnte ich... Aber sicher doch. Hab ich vorhin schon Kaugummi gekauft? Jim Carrey. Nimm doch einen Schluck Chilisauce. Wir zwei stehen ja total auf dieses Ja-Ding. Der Ja-Sager. Möchte ich gern einen größeren haben? Ja, na klar. Als hätte ich das nötig. Ja.